einen wunderschönen guten abend liebe zuschauer zum jfd live trading tv hier 20 uhr der markt ist ja schon geschlossen der xetra markt zumindest hier 17 30 ansonsten der eurex markt also dax future läuft ja noch bis 22 uhr und hier sehen wir auch unseren jfd dax der hier natürlich auch in dem fall variabel einstellbar ist insofern variabel von den zeitfenstern das ist jetzt die 24 stunden indikation die ich mal nehme um so ein stück weit eben auch den asiatischen handel einzufangen und ich möchte wie auch in der heutigen analyse angekündigt zwar zum nachmittag aber ich habe das jetzt auf den abend verschoben um mal zu sehen was denn hier eigentlich nach dem absturz noch passieren wird ja grundsätzlich war die lage bullisch einzuschätzen durch den pullback am gestrigen handelstag hier an dieses wunderschöne unterstützungslevel zugleich auch 38er fibonacci und das glückte eigentlich ganz gut während des rücksetzers hier zur session des handelsschluss dann hatten wir die handelssession in amerika dann die asia session und zum morgen ging es dann hier sehr sehr schön dynamisch rauf und es deutete sich prinzipiell eigentlich wieder ein ausbruch auf der oberseite an auch die von mir vorgestellte fuzevektor logik auf tagesbasis hat hier einen pattern identifiziert welches hier auch einen lauf in richtung 10.700 präferieren ließ aber sie sehen es was passiert ist schlussendlich fehlte hier die kraft seit der mittagsstunde und der index tröpfelte so ein stück weit seitwärts hier unterhalb beziehungsweise während oder im bereich des widerstandsniveaus 10.630 10.650 und ja dieses niveau ist es letztlich was den index auch hier ein stück weit zugesetzt hat denn es kam wie es kommen musste zumindest waren die ersten träger auf arbeitslosenhilfe gekommen das schwächte den index dann schon mal enorm und den richtigen rückschlag gab es hier 1600 zum us einkaufsmanager index der deutlich unter den erwartungen lag ja und das führte dann schlussendlich hier zu einer stärkeren reaktion am aktienmarkt denn sie sehen es der dax knickte ein gut was ist passiert wir haben die unterstützung um 10.575 punkte aufgegeben das ist technisch schon mal schlecht es ging auch daneben unter 10.540 punkte zurück grundsätzliches potenzial im sinne auch der grauen linie jetzt hier durchaus in diesen support bereich von 10.450 eine variante die ja wenn die amerikaner jetzt weiter zur schwäche neigen durchaus auch noch passieren kann je nachdem was die asiaten machen aber morgen sie wissen es stehen die non-farm payrolls an also der us-arbeitsmarkt bricht 1430 noch viel wichtiger als der einkaufsmanager index den wir heute 16 uhr bekommen haben und eben auch noch viel viel wichtiger als die gastanträge auf arbeitslosenhilfe heute vom 1430 grundsätzlich dürfte sich da morgen noch einiges tun ob der dax sich dann überhaupt dynamisch bewegt bis dato das bleibt mal abzuwarten weil die volatilität ja eh recht beschränkt ist seit einiger zeit also rückläufig und da muss man wirklich mal abwarten was passiert trotzdem größere schwankungen sind zu erwarten und nach der technischen situation jetzt zu urteilen wird es da eben auch darum gehen ob der index eben ja gut aus der woche rausgeht oder nicht wir nehmen mal kurz die tendenz falle hier weg und schauen mal kurz auf den tagesschart und sehen aber hier auch diesen pullback an diese gebrochene trendlinie das schauen wir uns jetzt im tagesschart mal an und aber auch natürlich dann noch mal im stundenschart hier dieser kurzfristige abwärtstrend da gab es ja dann hier am 30 8 den ausbruch dann eben hier gestern die ernüchterung und heute sah es zunächst gut aus aber ebenfalls hier nach unten abgekippt grundsätzlich ist das setup aber immer noch nicht wirklich bärisch weil wir eben hier man kann schon hier auf tagesbasis auch sehr schön diese dochte der kerzen einzeichnen da muss man nicht so weit gehen wir mal hier in diesen bereich und da sehen sie wir haben hier eine nachfragezone ja der index wurde hier immer wieder hochgekauft sehen sie in den dorten das heißt die verkäufer schafften es nicht den index hier signifikant noch mal nach unten abstürzen zu lassen und das gibt schon ein bisschen hoffnung für den morgigen handelstag dass der index sich dann doch wieder fangen könnte und jetzt praktisch einen pullback an diese abwärtstrendlinie an diese gebrochene trendlinie und noch mal ein pullback an diesen unterstützungsbereich vollzieht der sich dann hier eben durchaus positiv auszahlen könnte wir haben morgen rein statistisch gesehen einen bullischen tag beim dax heute trifft es mal zu mit 43 prozent positiver schlusspreise klar negativ morgen aber mit 54 prozent ein möglicher positiver wochenabschluss montag auch einfach mal nice to know hier mit 58 prozent positiver schlusspreise sogar der bullischste wochentag generell also dax long am montag während der letzten 52 wochen ganz interessant aber auch während der letzten 17 jahre da haben wir hier auch den stärksten wert mit plus 55 prozent beziehungsweise eben einen positiven wert mit 55 prozent positiver schlusspreise sollte man mal wissen dax also am montag grundsätzlich bullisch ausgerichtet im hinblick der statistischen vergangenheitsbezogenen daten das ist natürlich keine garantie für die zukunft aber zumindest mal eine indikation gut also es bleibt dabei dass wir hier auf tagesbasis diese unterstützung um 10.500 noch besser lokalisieren können als auf stundenbasis und kurzfristig gesagt wie gesagt die amerikaner ob da jetzt noch mal ein bisschen druck kommt wird man mal sehen müssen aber im kurzfristigen bereich deswegen noch mal zurück in die stunde geht es morgen praktisch darum ob wir einen positiven wochenabschluss machen oder nicht ein neues verlaufstief unterhalb des heutigen tiefs hier bei der 17 uhr stundenkerze 10.490 das ist schon grenzwertig im prinzip ja auch nur 40 punkte von diesem eigentlich möglichen korrektur level weg der pullback an diese trendlinie auch vollzogen es muss also nicht mehr tiefer gehen und ich erlaube mir hier tatsächlich die tendenz dass selbst wenn es jetzt einen leichten dip noch mal geben sollte der dax meines erachtens durchaus ambitionen hegen dürfte hier morgen noch mal aufzudrehen und hier sozusagen das level um 10.650 zu attackieren ob das für ein ausbruch reicht das sagt die range schon mal nicht also signifikanter ausbruch wäre über 10.700 dann dürfte sich noch mal potenzial bis eben 10.800 ergeben bis zum letzten reaktionshoch da sollte der index hinlaufen können aber ob da die volatilität morgen ausreicht das bleibt mal abzuwarten der index letztlich wenn er unter 10.490 10.500 fällt hier dann im bereich 10.450 ganz gut abgesichert ich denke der index wie gesagt dürfte hier eigentlich nicht wirklich groß nach unten weg brechen zumindest mal die mutmaßungen und wie das morgen aussieht sondern von payrolls werden wir mal genau beobachten denn mein kollege jens glatt wird morgen neben seinem morning meeting täglich 10.30 auch die nonfarm payrolls begleiten den info flash gebe ich ihn gleich mal durch werden wir morgen auch noch mal ankündigen aber morgen 14.30 ein stück weit vorher vielleicht 14 15 schon werden wir hier auf dem jfd desktop live sozusagen online gehen jens wird da praktisch die nonfarm payrolls live begleiten eine markteinschätzung durchführen die daten auswerten und das ist natürlich genau das was wir an content liefern wollen um sie hier am markt sozusagen mitzunehmen beim dax wie gesagt habe ich ja so leicht bullischen unterton mit dem pullback trotz der heutigen schwäche mal schauen was kommt ich wünsche ihnen an dieser stelle jetzt auf jeden fall erstmal schönen feierabend kommen sie gut in den letzten handelstag der woche und eins nicht vergessen bei news sind extreme bewegung durchaus nicht selten die profis halten sich hier gern zurück also ich wünsche was auf bald ihr christian kamera und tschüss